Seid ihr bereit, dorthin zu gehen, wo noch nie zuvor ein Baby war? Den Garten? Wir gehen in den Dschungel und zwar auf ein Raubtier-Abenteuer. Du kannst rennen, aber du kannst dich nicht verstecken, denn die Rugrats sind wieder da. Denn uns jagt gar nichts mehr Angst ein. Nein! Mit neuen Abenteuern, die dich sprachlos machen. Warum können Babys keine Löffel benutzen wie zivilisierte Menschen? Verpasse nicht die neun folgenden Rugrats.